So, haben wir auch erledigt. Weiter geht's, können wir weiter bauen. So, jetzt ernten wir ein paar Akazien. Ich bin da schneller am Ernten als du, mit deiner Axt. Mach da einen Hup, lass das Ding weg. Du kannst die Säplings dann aufsammeln, wenn du möchtest. Gleich wieder aussehen mit dir, ja? Wie machen wir das Dach? Also, Sarkazienholz... ...Slaps... ...Tufen, denke ich mal, ne? So, du guckst auf, dass hier was runterfällt, ne? Ja, schonmal sind wir dabei. Schonmal jetzt. So. Kann man nichts von? Teil wieder aus. Ja, da fällt schon was runter. Keine Panik. T visão? Ja, da fällt vor. Was hat es noch ein paar Jahre alt. Keine Panik. Keine Panik. Keine Panik. Süper. Keine Panik. 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 Hier ist zu. Hier ist ein paar Tümler mehr. So, jetzt haben wir ein paar Setzlinge wieder. Ich habe einen wieder. Ich habe einen wieder. Dann kann ich ihn holen. Genau. Vielleicht wieder zwei. Dann kümmen wir unsere Holzproduktion. Hier nehme ich hin. Weißt du? Da ist kein Rucksack. Das brauchen wir nicht. Töpfchen, das brauchen wir auch. Mhm. Ähm, zack. Das ist doch MacEaster, ne? Stöcker hier mitnehmen. Das Haus ist ja eine Truhe, sagst du. Da tue ich dann mal ein Kratienhüll. Mhm. Jetzt habe ich kein Schild dabei. Was sagst du denn? Ich habe keine Schilder mehr. Gas. Ja. Du musst dich... Du bist sicher nicht. Ja. Du musst dich nicht sagen. Ja. Ja. Das ist einfach. Du bist doch nicht der Arbeit. Komm mit MacEaster war das, ne? Ich weiß nicht, dass es nicht langweilig wird. Du kannst ein bisschen weiter Wege bauen. Brauchst du noch Akazien? Ja, ich finde es immer mitbringen. Faszinierend. Jo. Jo. Wo die Wand? So was? Um die Erde? Das ist so weit, dass du weißt. Jetzt müssen wir dann auch den Fußpulen reinbauen. Das Material holen? Ja. Einmal? Dann gehen wir noch. Gleich nochmal in die Mine gehen. Material holen? Ja, sollte sich was tun. Untertitelung ab 20.04.2021 Das ist ja. Ein philomenales Bauwerk. Das hätte das Pferd nicht gegeben. Von meinem Glück reicht die Steine wieder nicht. Steine reicht nicht. Doch, gerade so. Klasse. Trotzdem reichen sie nicht. Sind alle schon wieder aufgebraucht? Die habe ich schon wieder aufgebraucht. Ja, da werde ich nochmal in die Linie gehen müssen. Ich muss was holen. Das ist ganz einfach. Vor allem hier oben ist es mal richtig in den Bauern. Eingangsbereich. Aber da gibt es ja keine Steine. Die sind nur da drüben. Guck mal, hier gibt es Lava. Lava will ich aber nicht. Ich könnte hier nochmal nach Hause weg zu Sachen mitnehmen. Du, 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 du. Genau, hier kann ich wieder reingehen. Dann holen wir noch ein bisschen. Äh, ja. Wo wollte ich bauen? Wo wollte ich Material holen? Irgendwo war das da. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, boah. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wie alt wäre, ne? Das ist schon wieder. Ach, ist das niedlich. Guck. So. Akazienhölzchen können sich geholt werden. Na gleich. Ich muss mal hier ordentlich andere Sachen gerade holen. Ich kümmere mich jetzt wieder um Akazienbäumchen, ne? Mach das. Ich kümmere mich gerade wieder um Baumaterial. Ja, um Hölzchen. Das ist mein Job hier. Erstmal kurz. Das ist mein Job hier. Das ist mein Job hier. Das ist mein Job hier. Ich kann mich mal mitnehmen hier. Ja, ich kann mich mal mitnehmen hier. Ich bin hier irgendwo runter gefallen. ok wir haben ja alles dann magma weil ich brauche magma titte bis zum unfall wo kann ich die fahrt was mache ich gerade mit einem großen hämmerchen ich gehe da mal einpassen weißt du ja habe ich gerade en masse ich habe aber auch so ein mammuthämmerchen ne ja das ist doch schön ich brauche material das farme ich jetzt erstmal schnell hämmerchen ist eh bald kaputt das hat sich eher ledig ich war nur noch am beseitigen ja weißt du das guck da gescheit hinunter da bin ich nicht weiter lang ich glaube da habe ich genug jetzt ich glaube ich komme jetzt erstmal wieder zurück wenn ich den weg finde toll nur so ein driss hier unterwegs hier ne gleicher hexen hier alle so ein driss hier zombie babies hier ist doch putzig sehr putzig sehr putzig sehr putzig sehr putzig von hekt der hotze freche mir hier ist eisen das könnte ich mal mitnehmen das eisen ne eisen ist immer gut so ich komme jetzt wieder raus ich wüsste wovon ich gekommen bin von da kommen auf rauf rauf immer schön die treppe rauf hier komme ich irgendwie tiefer runter das wollte ich doch gar nicht oder ich gehe einfach mal ja das war ein verkehrter weg ist hier irgendwo nach oben hoch hier war es nicht war das hier bestimmt genau das sieht ja ganz gut aus ist eigentlich gerade tag oder ist nacht nacht bist du am beseitigen oder ich bin am beseitigen ok gut und nebenbei habe ich auch schon wieder hölzchen mit organisiert ist sie nicht vergiftet auch der schießt das ist unfair die ja ist es ist mit Ich habe nicht in der Lava gelandet, Schwein gehabt. Nicht schon wieder kreppig. Nein, ich doch nicht. Hier ist scheiße. Ich bin schon mal auf dem Heimweg. Ich komme wieder zurück zum Dorf. Da war gerade so ein Keeper im Weg, da musste ich leider umhauen. Tut mir leid. Na los Spinnis, kommt auch noch her. Boah, ein Meisterkämpfer. Nenne ich jetzt Pempo, der große Beseitiger. Ah ja. War noch witzig. Ja, warte mal. So, Setzlinge wieder eingesammelt, neu ausgesät. Also, ich habe mal wieder ausgesät, weil ich welche gekriegt habe, ich ausgesät hier. Super. Können wir die Häuser hier weiter bauen? Die Produktion läuft wie am Fließband. Bauer. Wirklich bitte mal beseitig. Okay. Ich bin ja gerade noch am Beseitigen. Ja, für dich ist es nicht schlecht. Aber hier gibt es keinen Pfaffen in dem Dorf. Ich kann das Zeug gar nicht eintauschen. Ja? Ja. Das ist doch schön. So. Und ich muss sie nur finden. Aber Pfaffen gibt es. Super. Muss ich nur finden. Klar, ist natürlich gut. Nein, die gibt es aber. Ich brauche jetzt schon bei ihm. Okay. Mach ich nachher auch noch. In dieser Pfeile Altes Geschleich. Wollen wir hier eine Leiter mit hoch bauen? Stöckchen habe ich da! Wollen wir hier eine Leiter mit hoch bauen? Wollen wir hier eine Leiter mit hoch an dem einen Gebäude? Wäre doch mal ganz konzipzig, oder? Wollen wir mal machen. Warte, dann mache ich Felge. Dann brauchen wir auch Zäunchen morgen auch noch da wieder. Zäunchen? Ja, wir haben noch genug Sachen hier, das klappt schon. Klappt mal locker. Also Leitern könnte ich machen. Jetzt haben wir hier nur Eichentüren davor, aber das ist auch egal. Jetzt haben wir hier Eichentüren. Für... Leitern. Ja. Hier haben wir kurz hier das Glaser. Dann kann ich mal Glaser da reinsetzen. Ach, ach schon, ein paar Leitern. Das ist doch schön. Vielleicht ziehen ja hier noch ein paar Jungs ein hier, weißt du? Wer jetzt geht. So, Leitern sind fertig. Können so erholt werden. Das ist doch schön. So, ein paar Slaps hier bauen. Das Dach. Super, verkehrt gebaut. Und jetzt, jetzt. Oh. Ja, ähm. Haben wir noch Akazienhölz? 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 39 Stunden. Okay. Oh, ich habe hier noch Akazienziegel. Auch damit Holz machen. Ich habe aber Akazienhölz extra für Dich gefarmt. Ah, ich nehme gerade die Slaps, damit ich das Ding hier zumachen kann. Das war ein bisschen Verschwendung, aber ist ja egal. Zack. So. Leitern hast du gebaut? Ah, kann ich auch geholt werden. Ja. Zäunchen? Äh, Zäunchen muss ich, mache ich Akazienzäunchen, ne? Ja. Muss ich jetzt machen. Okay. Wenn wir dann losgehen, nehmen wir das ganze Material dann wieder mit, was wir nicht brauchen, ne? Ja nicht. Aber gut, ich muss mich aber trotzdem weiter um meine Produktion hier kümmern, ne? Du machst das schon. Ich packe dir ein bisschen Hölzchen hier rein, ja? Für Zäunchen. Hab ich schon wieder Hölzchen. Du hast selber Hölzchen? Ja. Okay. So, aber trotzdem nehme ich davon ausreden. So, frisst ja einige, ja. Ja. Komm ich jetzt wirklich auch noch mal raus hier? Moment, ich muss wieder auf Stöckchen suchen gehen. Ich komme. Ja, das ist schon. Geh du mal auf Stöckchen suchen. Ja, sonst muss ich treften. Ja. Hier habe ich auch. Hier habe ich ja Stöckchen alle. Weil hier sehr viele tote Büschchen sind, weißt du? Mhm. Für Zäune brauchst du? Ja. Ich hoffe, ein paar brauchen schon. Echter Versuch. Äh, ist das hier... Nee, wie geht der widerlich? Was ist denn jetzt schon da los? Ach, ein Kaktus, der ist nicht haarig. Der ist nämlich bieb. Und, was willst du denn damit sagen? Das ist widerliches Kaktus. Nein. Ähm. Rotas Hand. So, nee, ich verhalte mal meine Stöckchen. Mach das. Ich setze den dann wieder zurück. Ja. 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 Das kann ich mal nicht machen. Ja. Ja. Das machen wir auch. Das Gästehaus, wieder such. Ah, ich hab schon eine Folge. Gab es da nicht mal so eine Folge? Ja, ich schub die nach Hause bringen. Da gab es mal was, ja. Folge ist auch witzig. So, jetzt kommen aber Zeugchen hier. 30 Zeugchen, reichen die? Ja. Wie wenn Locker reichen, denke ich noch mal. Da mach ich mich wieder auf Akazienhölzchen drehe. Mach das. Wann noch alles geholt werden? Akazienhölz brauchst du aber noch, ne? Ja. Das ist doch schön. So, Fensterscheiben hier rein. Das Dach hier oben rein. Oh, klasse. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Hier, das ist doch toll. Ja. So viele neue Mieter hier, ne? Ja, wie die Knäuser.